Ich mag Ikki wirklich, wirklich gerne. Es hat nur so ein paar Ecken und Kanten, die man sich bewusst machen muss. Hallo liebe Freunde, Anhalung und Erhaltung und willkommen zu einem weiteren Review hier bei Art & Friends. Heute stelle ich euch Ikki vor. Für zwei bis vier Spiele und 30 bis 80 Minuten. Und ich muss noch ein bisschen lachen. Das ist jetzt die deutsche Version von Giant Rock. Und ja, was soll ich sagen? Das Spiel ist von 2015. Natürlich das japanische Original. Irgendwann hat dann eben hier Sorry We Are French so eine Art Euro Game Version rausgebracht. Das ist aber jetzt auch schon, glaube ich, zwei oder drei Jahre her. Und ja, jetzt könnt ihr es auf Deutsch bei Giant Rock bekommen. Bald kommt ja auch die Erweiterung raus. Und ich habe es nie gemacht hier auf dem Kanal, weil ich damals die Sorry We Are French Version erst nicht bekommen habe und so weiter. Jetzt bin ich sehr froh, dass ich es in meiner Sammlung auch habe, hier die deutsche Version. Das Ganze ist von Kota Yamada und die Grafik dann damals von, sorry, We Are French neu gemacht, sehr schön, von David Sidbon. Ja, wahrscheinlich irgendwie völlig falsch ausgesprochen, ein französischer Illustrator. Und das Ganze ist ein Euro Game, aus meiner Sicht ein wirklich interessantes Euro Game mit einem sehr, sehr schönen und auch erfrischenden Setting, nämlich hier in Japan verortet. Und witzigerweise auch hier, wenn man hier nicht nominiert zum Spiel des Jahres, also Astor Kenner Spiel 2022. Daran könnt ihr auch sehen, wie lange es gedauert hat, bis dieses Spiel quasi hier in Europa angekommen ist. Und noch länger hat es gedauert, bis es hier bei mir auf dem Kanal angekommen ist. Aber das soll sich jetzt hoffentlich ändern, in meiner neuen Art hier Rezension zu machen. Möchte ich schneller werden, mehr machen, wenn ihr da nichts verpassen wollt. Und dann, ja, freut es mich, wenn ihr hier den Abo-Knopf drückt. Und bevor ich jetzt hier lange drum herumrede, ich zeige euch kurz hier die Spielübersicht, mit was haben wir es hier zu tun. Einem, ja, durchaus in Richtung Expertenspiel gehenden Euro Game. Aber letztlich, wenn man die Regeln kennt, bleibt es doch eher so auf dem gehobenen Kennerbereich. Und ja, ein sehr schönes Spiel, Fazit gibt es hinten dran und wir sehen uns bei der Übersicht. Eki spielt in Japan der Edo-Zeit, so von 1600 bis 1870. Und Edo war damals der Name vom heutigen Tokio. Und wir sind hier in einem Stadtbezirk, ja, wo der belebte Markt ist, wo wir unsere Handwerker hier engagieren können, wo wir an den Markt ständig gehen können. Und wir spielen hier ein ganzes Jahr durch, hier oben in der Rundenleiste, heuern Handwerker an, bauen Gebäude, kaufen Fische, kaufen Tabak und Pfeifen. Und am Ende versuchen wir so über Karten und über Tokens die meisten Siegpunkte zu bekommen. Müssen allerdings aufpassen, dass wir immer auch auf die Feuersbrünste achten, weil Feuer war eben bei diesen ganzen Papier- und Holzhäusern die größte Gefahr damals. Und wenn wir nicht genug gegen die Feuergefahr unternehmen, dann kann es sein, dass unsere schönen Marktstände und Gebäude auch wieder abbrennen. Eki ist ein Workout-Movement-Spiel, bei dem es viel um Reihenfolgen geht. Am Anfang jeder Runde wird deswegen immer erstmal geguckt, wie es mit der Reihenfolge aussieht. Und da gibt es hier diesen Brandbekämpfungstrack, würde ich es nennen. Da kann man eben seine Brandbekämpfung erhöhen. Und der, der da vorne dran steht, das wäre in dem Fall jetzt zum Beispiel Blau, der ist in der ersten Phase dann als erstes dran, wo hier auf diesem Track hier die Figuren eingesetzt werden. Jeder hat so ein besonderes, eigentlich eine Spielreihenfolgefigur. Und Blau könnte jetzt hier starten und zum Beispiel seine Figur hier hinstellen. Was bedeutet es? Es gibt eben hier diese fünf verschiedenen Positionen und die legen fest. Erstens die Reihenfolge, es geht nämlich dann nachher von hier nach hier. Also der hier wäre zuerst dran. Und hier steht, was wir machen dürfen, hier dürfen wir ein bis vier Felder laufen, kriegen aber kein Einkommen, was ziemlich blöd ist. Dann hier ein Feld, zwei Felder, drei Felder und vier Felder. Das heißt jetzt nur mal zwei Personen, wäre dann so. Rot wäre zuerst dran, würde aber kein Einkommen bekommen und könnte es dann auch so gut ein bis vier Felder zu laufen. Ist natürlich besonders flexibel. So würde er einfach auch als erster dran kommen, aber nur ein Feld laufen dürfen. Und Blau, genau zwei Felder. Und laufen bedeutet bei Icky, dass wir hier mit unseren Workerfiguren jetzt hier immer im Kreis laufen. Also nehmen wir an, Rot wäre dran, könnte er jetzt hier eins, zwei, drei, vier laufen. Er darf sich es ja aussuchen, könnte auch nur eins laufen. Oder zwei laufen, wenn wir jetzt eben genau ein Feld laufen, würde das so aussehen. Und dann darf man immer darauf, auf dem Feld, auf dem man landet, die entsprechende Aktion ausführen und eine der beiden Stände benutzen, wenn es hier Stände gibt. Ihr seht hier liegen schon Stände, das sind die Startstände, gibt es jeweils von jedem Spieler ein, sodass bei vier Spielern da schon vier liegen. Und da kann man dann auch immer was bekommen. Jetzt nur als Beispiel, hier Rot könnte zum Beispiel jetzt hier drei Geld bezahlen, um zwei Reis zu bekommen. Und zusätzlich würde er hier noch zwei Geld von diesem Stand bekommen. Wenn er das allerdings macht, dann ist es so, dass dieser Händler hier an Erfahrung gewinnt, weil das sieht man an dieser Figur, dieser Händler gehört dem violetten Spieler. Wäre es jetzt, so, ich mache mal ein Beispiel, wenn das hier ein Starthändler ist, das wäre ich jetzt hier ein Händler von Rot. Die starten immer hier unten. Er könnte jetzt auch den eigenen Händler benutzen, dann würde der aber nicht an Erfahrung gewinnen. Warum ist Erfahrung gewinnen wichtig? Das ist ein grundlegendes Prinzip von Icky. Wir kaufen immer neue Händler und platzieren die hier auf dem Feld. Wenn die Mitspieler sie benutzen, dann gewinnen sie an Erfahrung. Wenn sie hier oben ankommen, dann gehen sie quasi in Rente. Wir bekommen diese Karte und wichtig ist auch, dass wir unsere Figur hier wiederbekommen. Wir besitzen nämlich nur vier. Das heißt, wir können nur vier Händler parallel hier irgendwo verteilt haben und dann generieren die Einkommen. Und auch für die Siegbedingungen sind die dann wichtig. Wie gesagt, wenn man eben seine eigenen Händler, seine eigenen Stände benutzt, dann gewinnen die nicht an Erfahrung. Das bedeutet, man muss hier bei diesem Spiel eben auch seine Händlerkarten so platzieren, auf den Aktionen platzieren, wo man denkt, dass auch die Mitspieler sie benutzen und auch möglichst die Händler nehmen, die eben auch interessante Boni geben, sodass die Mitspieler da auch ein Interesse dran haben. Die einzige Möglichkeit, seine eigenen Händler Erfahrung geben zu lassen, ist, wenn man hier einmal rumgelaufen ist, wenn man hier über dieses Feld kommt, dann geben alle Händler, die gerade aktiv sind, bekommen einen Erfahrungsschritt extra. Aber dazu muss man natürlich hier viel Strecke machen. Bevor man aber die Aktionen ausführt, kommt noch die Phase, wo wir neue Händler uns anwerben können. Das habe ich jetzt noch nicht zuerst erklärt, um euch nicht zu sehr zu verwirren. Von der jeweilig gültigen Jahreszeit, wir spielen hier vier Jahreszeiten, ich zeige euch nochmal gleich den drunten Track, werden immer vier neue Karten vor jeder Runde ausgelegt. Und in dieser Phase kann man sich jetzt entscheiden, einen von diesen Händlern anzuwerben. Hier oben sind die Kosten, die ihr in Geld bezahlen müsst. Oder einfach vier Geldeinkommen zu nehmen, das macht man dann meistens, wenn man eben nicht genug Geld hat, um sich einen guten Händler leisten zu können. Oder wenn man eben keine Händlerfiguren mehr hat, weil man schon vier aktive Händler besitzt. Und derjenige, der eben dieses Feld ein bis vier Felder vorrücken ausgewählt hat, für den entfällt diese Phase komplett. Der kriegt einfach nur ein Geld, also kann sich nicht entscheiden zwischen vier Geld und Händler anwerben, also das ist schon ein ziemlicher Nachteil. Ihr seht, die machen alle so ein bisschen was anderes. Das hier unten ist halt immer die Aktion, die sie einem geben oder den Mitspielern, wenn sie ausgelöst werden. Und hier sieht man halt immer, was sie für Einkommen geben am Ende einer jeden Jahreszeit. Normalerweise ist nach drei Runden immer die Jahreszeit vorbei. Und je nachdem, wenn man sich jetzt vorstellt, hier ist meine Händlerfigur, die Jahreszeit ist vorbei, dann bekomme ich dieses Einkommen hier. Habe ich Ihnen schon ein bisschen Erfahrung bekommen, bekomme ich dieses Einkommen und lege die Karte bei mir. Bekomme ich immer hier dieses obere Einkommen. Das heißt, ich kann halt immer mehr Händler haben und dadurch immer mehr Einkommen generieren. Haben die hier oben so ein Brandsymbol, bedeutet das, dass sie automatisch auch meine Brandschutzstufe um eins erhöhen. Ich kann meine Brandschutzstufe aus dem erhöhen, wenn ich zum Beispiel diese Aktion hier durchführe. Wenn der jetzt auf dem Spielplan liegt, dann gibt er hier halt auch einen Punkt auf der Brandschutzleiste, nur so als Beispiel. Und ja, dann gibt es noch verschiedene Sachen. Hier zum Beispiel diese Sandalen, damit kann ich extra Schritte machen. Hier zum Beispiel kann ich noch Gebäude bauen. Das sind spezielle Karten, die zeige ich euch gleich noch. Die sind vor allem fürs Siegende wichtig. Hier seht ihr die Rundenleiste mit dem Rundenanzeiger. Es werden 13 Runden gespielt, jeweils drei Runden sind einer Jahreszeit zugeordnet. Und am Ende der Jahreszeit gibt es dann eben immer so eine Einkommensphase. Wir müssen aktive Händler auch mit Reis noch ernähren. Wir bekommen Punkte für so bestimmte Boni. Und es kommen hier neue Plättchen ins Spiel. Die habe ich euch noch nicht gezeigt. Wir können hier nämlich so verschiedene Set-Collection-Sachen machen. Das zeige ich euch gleich noch auf dem persönlichen Tableau. Und es werden dann auch die Händlerkarten, die noch übrig sind von dieser Jahreszeit, werden einfach abgeräumt. Wichtig sind noch diese Punkte hier. Nach der fünften Runde, der achten Runde, der elften Runde kommt es nämlich immer zu einer Feuersbrunst. Dazu wird dann immer so ein Plättchen aufgedeckt. Und ja, die Feuersbrunst, die hat dann eine bestimmte Stärke. Die bricht auf einem bestimmten Viertel aus. Diese Viertel haben hier ein bisschen so Farbkodiert. Es gibt eben hier vier Plättchen für die vier Stadtviertel. Und die fressen sich dann immer vom Rande des Spielplans nach vor. Und ja, können halt Händler oder auch Gebäude zerstören, wenn die jeweiligen Besitzer nicht mindestens die geforderte Brandstärke besitzen. Und die Brände werden halt auch immer stärker, sodass man sozusagen mit der Brandschutz, ist nicht nur eine Frage der Spielereihenfolge, sondern eben auch, wenn ich nicht genug Brandschutz habe, kann es sein, dass mir meine Händler oder auch meine Gebäude, die ich mühsam gebaut habe, abbrennen. Von den Gebäuden spielen immer sechs Stück mit. Es gibt insgesamt zehn, die kann ich durch eine bestimmte Aktion kaufen, sind aber relativ teuer. Und ja, kommen deshalb meistens erst gegen Ende des Spiels so ein bisschen ins Spiel. Weil das Problem ist, ich muss, wenn ich so ein Gebäude baue, ich muss es aufs Tableau drauflegen, also auf dem Spielplan, kann abbrennen. Und ich muss eben auch hier so eine Händlerfigur zum Beispiel da dauerhaft draufstellen, die ich dann auch nicht mehr zur Verfügung habe. Das heißt, ich habe dann automatisch eine Händlerfigur weniger. Die Gebäude machen sonst nichts. Die punkten einfach nur am Ende des Spiels auf eine bestimmte Art und Weise, geben für bestimmte Sachen noch Punkte. Das heißt, es ist so ein bisschen so eine Timingfrage, wann gehe ich dann auf die Gebäude. Klar, sie sind am Ende sehr wertvoll, aber sie blockieren mich sozusagen auch so ein bisschen während des Spiels. Jeder Spieler hat hier noch so ein schönes, übersichtliches Tableau, da ist auch der Rundenablauf noch mal relativ gut drauf. Auch noch Platz so für ein paar Sonderplättchen, die ich jetzt nicht im Detail erklärt habe. Wenn unsere Händler dann irgendwann mal in Rente gehen, dann können wir diese Karten hier dann schön hier sammeln. Die haben unterschiedliche Farben, die sind zum einen für so Zwischenwertungen. Kann man auch so Boni kriegen, wenn man gleichfarbige Karten im gleichen Stadtbezirk hat. Und am Ende vom Spiel möchte man ja so Set Collection mäßig möglichst viele unterschiedliche farbige Karten haben. Dafür gibt es noch mal Punkte. Außerdem seht ihr hier so Fischablageplättchen. Wir können beim Fischhändler Fische kaufen. Ja, die legen wir dann hier hin. Und ihr seht schon, auch hier geht es darum, unterschiedliche Fische zu sammeln. Das gibt dann auch noch mal zusätzliche Punkte. Und dann gibt es hier noch Tabakpfeifen und Tabakbeutel. Auch was, was wir bei einem Händler kaufen können. Die Tabakpfeifen, die geben einfach sofort irgendwelche Boni. Hier zum Beispiel so ein Reis. Ja, das sind so Sofortboni-Sachen. Oder hier einfach eine Brandstärke. Aber wenn wir wenigstens eine Tabakpfeife haben, dann verdoppeln wir die Punkte, die wir über die Tabakbeutel bekommen. Und da sind einfach bei den Tabakbeuteln, seht ihr, sind einfach hier so Punkte aufgedruckt. Und die würden wir dann einfach zusammenziehen. Denn hätten wir jetzt zum Beispiel die beiden hätten wir fünf. Und weil wir eine Tabakpfeife haben, sind es dann zehn Punkte. Ja, und das ist dann schon fast alles, was am Ende gewertet wird. Die ganzen Punkte, die wir während dem Spiel gesammelt haben, zum Beispiel eben hier durch das Einkommen und so weiter. Die unterschiedlichen Kartenfarben. Die Fische, die Tabakbeutel, die Gebäude. Und dann noch die restlichen Ressourcen, die wir gesammelt haben. Und wer die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Icky ist immer noch ein sehr, sehr schönes, originelles Eurogame. Trotz des Alters, wie auch French, hat es halt hier einfach auch optisch und vom Material so schön umgesetzt, dass man das hier sich immer noch mit gutem Gewissen in die Sammlung einsortieren kann. Ich muss euch eine kleine Story erzählen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal irgendwo anders erzählt habe. Aber das Lustige war bei Icky, dass wir am Anfang einen echt heftigen Regelfehler gemacht haben, als wir es damals gespielt haben, als es rauskam auf das Spiel. Denn da gab es einen schweren Regelfehler, der wirklich auch ein Druckfehler war in der Anleitung. Nämlich, dass diese Brandschutzleiste nicht nur die Reihenfolge bestimmt, wer zuerst da auf diesen Worker-Move-Hand-Feldern einsetzen kann, wie viele Schritte man macht, sondern dass das auch noch die Spielreihenfolge bei dem Ausführen dieser Schritte bestimmt. Und das ist natürlich falsch. Weil nachher ist es ja so, dass es einfach dann, ihre Spielreihenfolge wird einfach davon bestimmt, an welcher Position man bei diesen Schrittfeldern steht. Also von links nach rechts, der, der 1-4 Schritte gehen darf, aber kein Einkommen kriegt, der kommt zuerst dran nicht, der, der in der Brandschutzleiste ganz vorne ist. Aber wenn man das macht, dann ist es wirklich broken, das Spiel, weil dann die Brandschutzleiste einfach viel, viel, viel zu stark ist. Trotzdem muss ich sagen, ich mag Icky wirklich, wirklich gerne. Es hat nur so ein paar Ecken und Kanten, die man sich bewusst machen muss. Beziehungsweise ich finde, es ist halt wirklich ein Spiel, was man sehr gut empfehlen kann, allen Leuten, die gerne Spiele mit so ein paar Ecken und Kanten mögen, weil sie sich eben ein bisschen anders spielen, als, sag ich mal, das x-beliebige Euro-Game. Und eines der Ecken und Kanten ist zum Beispiel eben sowas wie diese Feuerleiste, die aus meiner Sicht, selbst wenn man es korrekt spielt, für mich persönlich immer noch ein bisschen zu stark ist. Warum? Weil ich es einfach nicht mag, wenn mir meine Mitspieler letztlich vorschreiben, wie viele Schritte ich machen kann. Wenn ich aber ganz hinten bin bei der Brandschutzleiste, dann ist es de facto so, weil ich dann ja eben nur noch das nehmen kann, was sie mir übrig lassen. Und das fühlt sich für mich nicht besonders cool an. Außerdem hast du natürlich den Nachteil, dass wenn du ganz hinten bist bei der Brandschutzleiste, dass du dann auch noch, wenn du Pech hast, auch noch von diesem Feuersbrunsten heimgesucht wirst und dann deine Händler verlierst, wenn da deine Stände abfackeln. Also das ist so eine Ecke und Kante. Ich finde das spannend, aber das führt zum Beispiel bei mir, bei der Spielweise Icke dazu, dass ich letztlich immer versuche, bei der Brandschutzleiste nicht zurückzufallen. Und das ist natürlich so eine Sache. Manche Leute mögen das vielleicht, weil sie sagen, ich versuche es dann trotzdem mal, ohne Brandschutzleiste zu gewinnen. Ist sicherlich auch möglich, aber mir macht diese Spielweise dann einfach keinen Spaß. Also das ist eben so eine Ecke, eine Kante von Icky, die man wissen muss. Aber ansonsten finde ich das wirklich ein sehr, sehr schöner Euro. Also beziehungsweise ich bin halt so hin und her gerissen. Ich mag diese Ecke und Karten eigentlich auch, aber es führt halt bei mir dazu, dass ich doch eher immer die gleiche Strategie verfolge. Was ich auch ganz interessant finde natürlich, ist diese Mechanik mit dieser Erfahrung, also quasi, dass wir diese Karten in Rente schicken können. Es ist aber halt auch hier so eine Mechanik, die natürlich sehr stark von den Mitspielern abhängt. Das ist toll, das ist interaktiv, weil wir natürlich versuchen müssen, die Händler so zu platzieren, dass die Mitspieler sie auch benutzen. Ja, aber da ist eben auch, da hängt auch dann schon wieder so ein bisschen was dran. Es kann halt einfach passieren, dass wenn man gerade, wenn man spät drankommt oder hinten dran ist, dass man einfach keine guten Plätze mehr findet, um seine Händler zu platzieren, wodurch sie dann eben nicht an Erfahrung gewinnen und man sie dann nicht in Rente schicken kann. Beziehungsweise dann muss man versuchen, irgendwie so mit Sandalen selber ganz oft rumzulaufen, um sie selber irgendwie in Rente zu schicken. Das funktioniert aber tatsächlich ziemlich schlecht, weil man einfach viele andere gute Aktionen liegen lässt, wenn man einfach nur wie verrückt da rumrennt. Also das sind halt auch so Dinge, es kann einfach auch manchmal daran scheitern, dass man das mit der Interaktion mit den Mitspielern nicht so gut hinkriegt. Aber es macht es halt auch interessant, weil jede Partie einfach dadurch sehr anders abläuft. Also alles in allem würde ich sagen, ein Spiel für Leute, die gerne mal ein anderes Spielgefühl haben wollen als in so einem solitären Eurogame. Trotzdem in meiner Kaufen-bis-vergessen-Liste kommt es dann einfach aus Grund dieser Ecken und Kanten nur auf die Shortlist, obwohl es damals ja wirklich sehr, sehr, sehr gehypt wurde. Aber jetzt ebenso auch im, na, es ist jetzt schon fast ja so ein bisschen im Rückblick, ist es nur Shortliste, wobei ich jetzt wirklich sehr gespannt bin, wenn die Akebono-Erweiterung rauskommt, was die dann noch macht und ob die möglicherweise dann dafür sorgt, dass so ein bisschen diese, ja, dass vielleicht dann ich doch neue Möglichkeiten habe und nicht so sehr immer auf die Brandschutzleiste gucke, weil das macht es dann doch für mich ein bisschen repetitiv, obwohl das Spiel eigentlich total viele Möglichkeiten bietet mit den ganzen Händlern und so weiter. Aber strategisch macht es für mich, ist das Spiel tatsächlich ein bisschen oft immer zu ähnlich abgelaufen. Ja, das war meine Rezension von Icky. Trotzdem in meiner Sammlung wird es definitiv bleiben, allein schon, weil es so hübsch ist und das Thema so toll. Und von daher bedanke ich mich, wenn ihr hier dabei bleibt und bedanke mich natürlich auch für eure Unterstützung, zum Beispiel über meinen Webshop, über Partnerlinks, die ihr unter Video findet oder eine dauerhafte Mitgliedschaft, zum Beispiel hier auf YouTube, wenn ihr mich dauerhaft unterstützen wollt, dass ich hier immer fleißig Videos machen kann. In dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020